Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der David Lugmeier, Gründer und Geschäftsführer von der EasyGoing GmbH. Wir sind da heute auf der Messe Dornbirn, um zum einen natürlich unsere Produkte vorzuzeigen, aber zum anderen auch Wissen und Know-how zum Thema Vanlife weiterzugeben. Wieso ist deiner Meinung nach Camping und Caravanning so ein Trend heutzutage? Wann könnte das liegen? Also ich glaube, dass die Menschen immer mehr nach einer Freiheit suchen, die sie oft nur mit dem Van oder mit dem Caravan erreichen können. Wir arbeiten von Montag bis Freitag im besten Fall, viele von uns auch am Wochenende, aber können eben so schnell entfliehen und die absolute Freiheit genießen. Und für viele ist dieser minimalistische Lifestyle einfach genug, um sich wohlzufühlen. Was genau machen ihr jetzt auf der Messe Schau in Dornbirn? Wir sind da eben auf der Schau in Dornbirn und haben sich mit der Messe gemeinsam zusammengesetzt und haben dann gesagt, wie können wir den Besuchern einen gewissen Mehrwert bieten von unserer Präsenz. Und weil wir eben auch Experten in diesem Thema sind, wie man Busse oder Kastenwegen aus- und umbaut, bieten wir da eben verschiedene Workshops und Vorträge an und teilen so unsere Erfahrungen. Wir haben zum einen eben Reisevorträge, die ich als ehemaliger Fotograf oder leidenschaftlicher Fotograf eben zusammengestellt habe und werden da eine Reise durch Ecuador sehen, wie man auch ein Mietauto zum Camper machen kann. Ein weiterer Vortrag handelt von Kurztrips. Die Freiheit liegt vor der Haustür, so der Titel davon. Und so zeigen wir den Leuten einfach, was ist rund um die Basis, um sein eigenes Zuhause möglich. Und dann gibt es noch eine technische Vortragsreihe, Vanlife Essentials, wo wir zum einen ein bisschen ins Projektmanagement, vom Umbau her gehen und dann auch spezifisch zum Thema Energieversorgung und Wärme, also Standheizungen abdecken. Dann habe ich noch mitgekommen, dass man bei euch auch was gewinnen kann auf der Schau. Was genau kann man da gewinnen und was muss man dafür machen? Wir verlosen gemeinsam mit der Schau ein Wochenende Vanlife in und um Oberösterreich. Das bedeutet, wir geben dem Gewinner die Chance, diese Art zu reisen einmal so zu erleben. Und einer unserer Vans, wie man auch im Hintergrund sieht, wird dann zur Verfügung gestellt und bietet hoffentlich ein gewisses Maß an Freiheit, die vorher noch nicht da war.